Hallo zusammen, Meier307 hier. Ostern steht ja vor der Tür und darum wird es jetzt Zeit für mein traditionelles Ostergewinnspiel. Wie in den letzten Jahren auch, könnt ihr diesmal wieder einen sehr schönen Krimi bei mir gewinnen. Nämlich Hermann Bauer's Karambolage. Ein Fall für den Wiener Chef Oberleopold. Es ist ein Buch, das eben rund um die Osterzeit spielt und mir damals beim Lesen sehr viel Spaß gemacht hat. Was müsst ihr tun, um mitzumachen? Ihr müsst lediglich einen Kommentar unter das Video setzen und schon seid ihr dabei. Das Gewinnspiel läuft bis Mittwoch, den 12. April um 20 Uhr abends. Dann ist Deadline, damit das Buch auch noch rechtzeitig bei euch im Osternest landet. Wie gesagt, mit einem Kommentar seid ihr dabei. Jetzt noch die üblichen rechtlichen Geschichten. Rechtsweg ist ausgeschlossen und ich hafte auch nicht dafür, wenn das Buch auf dem Postbück abhanden kommt. Und falls ihr noch keine 18 Jahre alt seid, brauche ich die Einverständniserklärung eurer Eltern, dass ihr am Gewinnspiel teilnehmt. Ich hoffe auf rege Teilnahme und drücke allen jetzt schon mal ganz fest die Daumen. Wir sehen uns dann alle bei der Auslosung wieder. Maya 3007 Jetzt sind die Kanada. Bis dann. nenhum因. Wir sehen, dass, wenn man das lustig ist.